Ey, yo, hier ist Ali Safari Und ich hab gehört, im Falkendom darf keine Party mehr stattfinden, weil's zu laut ist Wie bitte? Brauch keine Konzerte mehr Wie bitte? Oder nur noch bis 22 Uhr Was? Mann? Das kann ja wohl nicht wahr sein Ich hoffe, das wird sich noch ändern Ich drück euch die Daumen, Falkendom Was geht da? Dass ihr was hinkriegt Was geht, Alter? Was geht? Was? Was? Was geht? Was geht ab am Falkendom Dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus oben Junge Menschen blauem Boden Was geht ab am Falkendom Dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus toben Junge Menschen blauem Boden Was geht ab am Falkendom Dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus toben Junge Menschen blauem Boden Was geht ab am Falkendom Dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus toben Junge Menschen blauem Boden Falkendom In der Nacht, ich denke gern zurück Abi-Zeit, Donnerstags, tanzen wie verrückt Lampenfieber, Hip-Hop-Jam Erster Auftritt, erste Band Bunte Hunde, Easy Rider, DJ Sensor, Rapper, Riders Leute aus der ganzen Welt Im Falkendom in Bielefeld Reggae-Danz und viele Crews Wir waren da, doch was machst du? Keine Chance wie im Kamm Auch ein Fall von Spießerei Nachbar ziehen vor Gericht Und eine Ära ist vorbei Keine Ahnung wie das geht Einzelne haben so viel Macht Eigentlich ein Fall von Schämlich Dafür wird man ausgeladen Stimmen wir doch alle ab Meine Stimme hat der Dom Und ich setz noch einen drauf Herr Meckerkopf kann bei mir wohnen Doch hier ist es auch nicht ruhig Hier gibt's auch nen Bus und so Menschen die sich ausleben Sonst würd ich auf dem Lande wohnen In der Stadt, da brennt die Luft Und der Nachwuchs selber Raum Einer gegen den Rest der Welt Weckt mich auf aus diesem Traum Was geht ab am Falkendom Dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus toben Junge Menschen brauchen Boden Was geht ab am Falkendom Dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus toben Junge Menschen brauchen Boden Was geht ab am Falkendom Dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus toben Junge Menschen brauchen Boden Was geht ab am Falkendom Dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus toben Junge Menschen brauchen Boden Kids sitzen am Computer und gehen kaum noch raus Mit 16 sieht's aber auch nicht so gut mit rausgehen aus Wo willst du denn hin? Alles nicht so leicht Wenn ein Club dem nächsten bis aufs letzte Haar gleicht Denen ist es egal, die wollen nur Geld verdienen Wenn du dich falsch verhältst, kannst du auch schon mal rausfliegen Oder aufs Maul kriegen, denn dort geht es ziemlich ruppig zu Nichts für das erste Mal drückt dich der Tanzschuh Alle machen nur ne Show, sehen und gesehen werden Wenn du keinen Plan hast, kannst du das sehr gut verbergen Tu das, was die anderen tun, du musst sie nur kopieren Alle machen alles gleich, so lernt man zu parieren Nichts für so Leute, die sich ausprobieren Selber mitmachen wollen, ist nicht zu tolerieren Nicht im Wohngebiet, wo ein Nachbar sich empört Party machen in der Nacht, da fühlt man sich gestört Was geht ab am Falkendom, dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus toten, junge Menschen brauchen Woden Was geht ab am Falkendom, dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus toten, junge Menschen brauchen Woden Was geht ab am Falkendom, dort übte ich am Mikrofon Im Dom konnte man sich aus toten, junge Menschen brauchen Woden Was geht ab am Falkendom? Dort übte ich am Mikrofon, im Dom konnte man dich aus toben. Junge Mensch, brauben, wo? Was geht ab am Falkendom? Dort übte ich am Mikrofon, im Dom konnte man dich aus toben. Junge Mensch, brauben, wo? Was geht ab am Falkendom? Dort übte ich am Mikrofon, im Dom konnte man dich aus toben. Junge Mensch, brauben, wo? Was geht? Ich sag jetzt mal Ruhe da draußen. Vielen Dank.